Jungen, ey! Ihr müsst mal in ein Haus wohnen, ey! Ihr würd' euch den ganzen Tag anschreien! Ich mach' auf jeden Fall hier größere Räume, ey, mal die ganze Zeit schon. Ich würde sagen, um 5 Uhr machen wir auch mal Schluss, ne? Jo, würde ich auch mal sagen, weil du da weg... musst. Ne, ja, stimmt. Stimmt, ich muss ja um 5 Uhr schon weg. Schreib' das mal im Chat! Oh, die ist weg! Juhu! Dann reicht's mal, um mit aufnehmen, ey! Die bist du echt weg, naja? Ja. Und zu der Oma? Sag' ich nicht. Oh, ist denn ne Oma, alter! Ah, die... Okay, mein Spitzhack ist kaputt gegangen. Hey, Meidi! Meidi! Ja! Die Amma! Die Amma! Ja, die Oma von Lordi! Die Oma Gertrud von Lordi! Oh, ihr wollt' ja so ne Anerkassen haben, ne? Ach, was willst du PvP, Noob? Das ist halt ein Stück Scheiße! Lass' man'n Schnitzel ranhauen, jetzt mal in die Tüten! Ich hau'n Schnitzel in die Pfanne und das wird Lordi sein! Warte mal! Einmal möchte ich kurz was vorher geiles bauen! Ne, ne! In die Wand machen! Ach, geht nicht! Egal! Bam! Spitzhacke! Spitzhacke! Nein, Schwert! Ich hatte doch eine Spitzhacke gefunden, oder? Doch, da! Bam, 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 bam! Hm! Jetzt reicht's mir! Oh, Lord Blackfrog! Der schießt mich schon wieder ab! Ich bring' ihn jetzt um! Geiler, okay, okay, Frieden! Wenn mein Level jetzt in den Arsch geht, Junge! Okay, okay, reicht! Drei, Junge! Ja, was war das mit PvP-Lufel? Was willst du eigentlich, Junge? Was willst du eigentlich? Junge, okay! Ist gut, ist gut! Ich hab' noch'n Bogen, damit könnte ich dich auch umbringen! Junge, ich bin gleich auch tot! Oh, oh, oh! Ja? Ja, wirklich? Ich bin verrückt! Ich bring' mich um! Okay, warte! Manni, Manni, guck mal! Ja, Frieden, Frieden! Junge! Wirklich! Junge! Das ist kein... Er wird aufgemacht! Warte mal! Ich... Darum ist'n Feind! Darum ist'n Feind! Darum ist'n Feind! Alter, das Wettbewerb! Ja, ist Feind! Junge! Ich hab' nur drei Ärzte! Ich schwöre! Ich schwöre! Hau mal auf ihn drauf, Wettbewerb! Junge! Lass uns das noch! Junge! Junge! Ich hab' noch ne... Ich hab' noch ne... Ich hab' noch ne halbes Setz! Junge! Jetzt geh' auf die Schnauze, Junge! Gib' mal'n Schneeball, dann bring' ich ihn um damit! Wo ist'n Schneeball? Na, wir bring'n'n nicht um, Lordi! Okay! Okay, wir bring'n'n nicht um! Alter, der grebt sich ein! Jetzt ist'n tot! Hau mal Lava! Ich hab' keinen Weisen gefunden! Ja, dann bau' ab! Alles klar! Alter! Alter, Vater! Hast du jetzt Obsidian? Red Bull? Nee, ich finde keins! Alter! Der Lordi soll man machen! Lordi hat gar nichts gemacht bisher! Iii, genau! Jetzt kommt wieder der Schein! Lordi, mach' mal wat! Gib' dich weiter, der Wichser! Komm, komm! Mach' den Spaß weg, Junge! Du wirst sterben! Du wirst sterben! Du wirst sterben! Ich schwöre! Was? Was ist denn los? Spring'n runter, meine ich, du wirst sterben! Ich schwöre! Ich mach' den nichts! Ich bräum' grad' die Kisten bisschen um! Red Bull kommt runter! Ja, komm! Komm! Kommt nicht so! Ich schwank' dich auch! Junge, nicht! Geh da nicht! Ah! Nein, kann nicht! Junge, ihr macht hier alles Löcher rein! Das ist unglaublich! Der war all Red Bulls! Junge, warte! Huh! Huh! Nicht auf wie die Kürzen habe! Hört mal auf damit, mit dem Scheiß! Jetzt bist du tot! Jetzt bist du tot! Junge, wacke! Jetzt! Nein! Sauber! Ein Schlag, Freundchen! Du bist tot! Ein Schlag! Mach' ich aber auf, wenn du jetzt nicht aufhörst! Ey! Du bist tot! Ja, habt ihr... Seid ihr verrückt! So, jetzt sind wir jetzt weg! Ich bin tot! So, jetzt sind wir jetzt weg! Ich bin tot! Hey! Ja! Lass' es! Lass' es! Lass' es! Lass' es! Wie viel jetzt hast' es noch? Ein halbes! Warte einmal! Ja, Lodi, hab' ich gehört, muss fahren! Jetzt macht' man den Scheiß da oben zu, oder ich schieß' da hoch! Na ja! Lass' es! Junge! Junge! Wie wenig Leben noch! Da ist einer gestorben von den Gegner, wollte die Nummer so sagen! Junge! Junge! Lass' es nicht los! Komm, Lodi, hab' ich nicht aus! Wie viel älter aus, Junge! Leute, ich hab' voll viel Herzen meinen, ich hab' Leute richtig an reingedrückt! Okay! Mach' dir da um! Für geile Sachen! Junge, ich brauch' gleich schon ne neue Rüstung! Wie lass' es denn noch? Ich hab' kaum noch, Alter! Ich treff' nur die Geister mit dem Bogen! Redley Fire! Ich spott' einen Enemy-Sniper-Rover! Nack! Alter, Lodi, wer du schlägst mich, dann bist du tot! Junge! Junge! Er hat dich abgeschossen! Hey, das ist ein Let's-Mittel! Let's-Battle gegen Lodi ist das! Alle gingen Lodi, warte mal! Alle gingen Lodi! Ach du meine Güte! Alle gingen Lodi! Lechretter gegen die World Border und ich hab' ihn richtig am Arsch! Stimmt, ja! Scheibenklässler! Wie aber sag' Scheibenklässler! Oh, Lodi! Lodi! Warte, wenn sich mein Herz... Oh, Scheibenklässler! Oh, Scheibenklässler! Oh, Scheibenklässler! Ach, Lodi, komm, ey! Ich hack' dich nicht mehr! Oh, oh, oh! Ich muss nur ein bisschen Samen formen! Oh, da ist einer! Board Enemy! Äh... Alter, schon zweimal hinzu, genau so hart! Also, das ist so nuk, ne? Ey, Junge, ich hab' hier echt noch ein Herz! Lass' es, lass' es! Oh, Scheiße! Danke, Lodi! Wir haben spawnen! Mach' home! Ihr warum hast den nicht schön oben gesettet? Mit wohl, warum hast du kein' home gemacht? Mach! Schrägstrich! Back einfach! Ohne was zu sagen! Wir dürfen das einmal machen! Junge, warum hast du dich, äh, dir ein' home gesettet? Lodi, warum killst du ihn einfach? Ja, weil er mich angegriffen hat! Ich geb' jetzt meine Sachen wieder! Ja, okay! Meine Heilerrüstung! Ich weiß, was ich hatte! Keine Hunde, bitte Sam! Was? Keine Hunde, Sam! Ah, hi! Red Bull, du bist, wir sterben! Nein, hi! Warte, was geht? Oh, die! Ja, ja, warte, ich such' dich gerade! Ah, da bist du! Da wird wohl! Lalalala! Lalalala! Immer ein bisschen am Kohlabbauen! Stell' weg, bevor der mich umringt! Ich hab' keine, grönt' ich jetzt nochmals! Okay! Lodi muss jetzt weg! Weiß. Wow. Lass mal hier Lava suchen. Ja, Redwood, das siehst du, passiert dann, wenn wir uns gegenseitig die Köpfe einschlagen. Na gut. Ich würde sagen, wir machen jetzt Ende. Ich muss nämlich jetzt Wasser. Ja, warte. Einmal noch alle nur im Haus. Okay, ich geh schon mal raus, ne? Ne, im Haus. Komm mal, du musst noch ins Haus. Ach so. Ja, das, wenn du stirbst, ist deine Schuld. Lordi, was hat sie? Komm, Lordi. Ich muss jetzt echt... Haus rein, komm. Da ist Lava oder Licht unten. Ich hab irgendwie immer noch Angst. Ich glaub, Redwood wird irgendwas auf der anderen Welt machen von dir, Meini. Ja, wir werden dich jetzt so hart rollen. Und unten rein und das, das. Und das wird ihr wahrscheinlich noch aufnehmen. Junge, Redwood, Redwood. Okay, damit ist es für mich super bei. Redwood wollte mich umbringen, aber er ist noob. Okay. Ja, alter vierer Junkie. Ja, ja. Ich meld mich schon mal ab, ciao. Ja, ciao. Falscher Loch. Ey, du nüsstier, jetzt geh doch mal weg, geh doch mal weg hier. Aaaaaaah. Geh, weg dich. Meint, die bist du heute Abend noch online? Ne, ne? Klar, den ganzen Tag. Heute ist ja nicht Silvester, also. Bist du aber wirklich, oder? Meint die? Hä? Weiß ich nicht. Kommt drauf an. Oder online, aber ich geh kurz drauf, so ein Raketen zu starten und die, und, und weißt, was ich mach, ich nehm die Rakete, schade die aus meinem Fenster und irgendwie in ein anderes Haus rein, versuch ich. Junge, bist du verrückt? Weg, 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 weg! Ich glaube, die nächste Mal kommt, ich snack ihn so doll, ne? Ich meine, lass mal, lass mal. Weil die ganzen Level sind jetzt weg, oder? Ja. Ja, 21 oder 23 oder was. Geil. Ich bin bei Level 26. Mixer, ne? Ich bringe dieses Mal, ey. Mann, ne? Könntest du wieder ausrasten, ne? Okay, und damit, lass dir die andere über die Snacken, ey. Und dann, lass dir die andere über die Snacken, ey. Nein, okay, lass dir noch nennen, nein. Äh, dann beenden wir hier die Aufnahme, Red Bull, du hast das letzte Wort. Ja, wir machen die jedes Mal fertig. Und dann knick ich laudi und nimm meine Schwetten, steck sie in den unten rein. Alter, das war mal ein geiler Schluss. Okay, ciao, ciao. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Battle Minecraft. So, dann kannst du wieder losgehen, ne? Ja. Mit mir. Bin mit Bull. Oder Kampftitan. Ja. Okay, dann würde ich sagen, wir greifen jetzt an. Das ist immer noch Agro, auf mich, glaube ich. Da geht's nicht mehr. Okay, ey, man kann sich haben. Greifen wir jetzt an? Oh, ich will auch mal auch angreifen, ey. Ah, jetzt auf einmal, siehst du? Ja, ich weiß nicht, das macht immer süchtig. Ich hab das letzte Mal so geil gekillt. So, dann muss man erstmal ne neue Rüstung machen. So, ich mach mal hier ne Truhe hin, wo ich alles unnötige reinmach. So. Warte mal, da fahr ich ne Schaufel mit. Hä, du gehst mit? Ja. Ey, du hast gesagt gerade eben, du machst nicht. Geht's nicht mit. Oh, ich geh jetzt mit, Lottie. Nee, nee, jetzt kannst du. So, ich bin fertig. Ich bin fertig. Okay, wir können losgehen. Nein, wir dürfen nicht zu dritt, Leute. Wir dürfen nicht zu dritt, das wisst ihr. Ja, ich weiß. Ja. Ja, dann geh. Ja. Ich geh jetzt. Hast du ein Waypoint dahin? Ich weiß die Koordinaten, glaube ich noch. Oder Red Bull, sagst du mir einfach. Ich habe auch ne kleine Racer-Meer mehr. Ja, der hat ja seinen Minecraft verschissen. Ich weiß, wo das war. Ja, ich auch ungefähr. Ja, also vom Gefühl her weiß ich, wo ich hingebe. Kacke. Nochmal rein, nochmal rein, Boote. Holst du mir auch eins mit Schatz? Ja, ja, ja. Mach ich schon. Warte, hol mir auch Pfeile mit Schatz. Ich habe, da ist nichts mehr, Mann, mit Pfeile hier, ey. Unglaublich. Wir sind Pfeile arm. Ein Boot habe ich. Ein Pfeil. Oh, wir könnten das ja so machen, dass wir gehen alle drei hin, aber nur zwei greifen an. Ne, sonst gibt es nachher noch Ärger. Ich habe ein Boot, du musst dir irgendwie ein Boot machen. Ach, hier ist eins. Ab für dich, komm. Okay. Als nächster. Fuck, ich bin da. Jetzt war kackt, das wäre so witzig. Ich möchte, dass die Diamanten haben, sieben Stück oder so, ne? Ja, und? Egal, wir haben auch hier. Äh, Entschuldigung, die sind nicht so gut im Kämpfen. Okay. Ich habe vielleicht gezuckt, Oskar Strauß. Der ist aber nicht diesmal da. Nächstmal ist Luca und... Wo ist eigentlich mit Wohl? Weiß ich nicht, der ist irgendwie weg. Oh, ich hatte für 100 Gramm, meine ich. Ich würde jetzt zu gerne hier ein Haus bauen. Anschlag ist schön. Ja, können wir ja gerne machen, im Bett ein Haus bauen. So eine Festung, lass mal so eine Festung im Dämonischen bauen. Wir machen, wir können uns eine zweite Base machen, die ein bisschen auffälliger ist, und wo wir sie dann anlocken müssen. Ja, weil ich ja. Wollte hier sagen. Wo oben, wo der Berg ist, da hoch dann. Weil wenn man die dann runterschießt, sterben die garantiert. Komm, Lodi. Ah ja, ich habe ja Lodi mit seinen Internet-Lags bei mir. Ach ja, stimmt, ich habe Internet-Lags. Ähm. Ich habe jetzt wieder Weiß-Ling-Lab drauf. Stimmt, das könnte ein Problem werden. Ja, egal, komm. Dann müssten wir angreifen, nachdem ich einen Internet-Lag habe. Mhm, ja, okay, komm, wir gehen jetzt erstmal hier hin. Ähm, drei Diamanten? Ja, gefunden. Äh, Red Bull, kannst du, wenn es geht, mit der Diamantspitzhacke Obsidian schon mal Farben und Bücherregale machen? Ja, mache ich. Die Bücherregale kann ich jetzt schon machen. Okay. Ich muss mal kurz Holz farben, dann mich... Nee, Holz habe ich, ein Stack Rohholz habe ich. Wo? Irgendwo eine Kiste, kannst du mal suchen. Das weiß ich noch. Da, okay, danke. Also vom Gefühl her weiß ich, so ich hingehen muss. Mach jetzt schon mal Bücher, ne? Jo. Komm, wir müssen erstmal hier so hin. Ja. Ich muss mal Tabletisch bauen. Äh. Nee, muss auf sie die anfangen, deswegen. Oder ist immer noch der fliegende Block. Ja, wir müssen erstmal noch weiter. Ah ja, da. Das ist der Spawn. Egal, das sollten so reichen, ne? Ja. Wir zerstören hier die ganze... Hoffentlich finde ich jetzt auch Option. Ja, die Tierzivilisation, ich weiß. Ja. Nee, egal, nicht stimmt. Kriegst du natürlich wieder ganz der XP, ne? Ja, ich bin ja schon Level 26. Ja, so. Ich bin 22. Gleich mal schön enchanten, sagst du? Geil, das Schwert. Ja, genau, sollst du mal. So, aber gleich muss die Schlucht da irgendwo sein. Ja. Boah, ich wäre da fast runtergefahren. Ja.